Hey! Wuhu! Oh Gott! Moin Leute und willkommen zu Daily Vlog Nr. 144! Ey! Es ist immer wieder ein wunderschöner Tag, heute die Sonne scheint, es ist Freitag und Robert ist natürlich auch dabei. Wer ist heute geschlafen? Ich! Wie gesagt, heute ist Gamescom, das heißt, da fahren wir jetzt erstmal hin, es ist 16 Uhr, ich hab grad den Blog-Kong erst schon hochgeladen. Wir werden heute wahrscheinlich viele Leute von euch treffen, wir werden die Gang treffen von den letzten Videos, habt ihr ja schon gesehen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass die letzten Videos so gut angekommen sind, das freut mich mega. Gute Zeit momentan. Heute Abend ist dann die Bootshaus-Party, das ist so gesehen die finale Gamescom-Aftershow-Party. Das wird krass, wir haben sogar diesmal Tickets. Rifi wird da wieder auflegen, das wird ein sehr geiler Abend, ich freu mich. Und ich würde sagen, das wird wieder ein cooler Blog heute. Los geht's! Robert! Es wird immer besser, mit Bande, Alter! Übergang! So, okay, da sind wir wieder. Ich muss übrigens ehrlich sagen, dass ich es hier bis jetzt am besten finde. Es sei natürlich, irgendein E-Scooter will mich bezahlen, dann finde ich das am besten. Zeig! Was denn hier los? LOL! Wir fahren jetzt zur Gamescom und ihr wisst genau, was dann passiert. Was geht? Wow! Hi! Kurz guten Tag sagen! Yo! Fälle Videos! Wuh! Guter Team! Dankeschön! So, Freunde! Hallo Dom, was geht? Gestern Abend war schon lustig, die Party hier, ey! Wenn ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, macht das auf jeden Fall! Es war gut! Ich drehe rum! Jo! Haha! Hallo! Der Kilian, man kennt ihn! Hallo! Hey! Puh! Das war ein Ritt bis jetzt! Richtig nice! Ich liebe diese Teile! So Leute, wir sind angekommen! Das Gerät wurde geparkt! Und jetzt gehen wir rein! Wie sonst auch erst mal ab hinter alle acht! Da sind die ganzen Homies! Ich glaube, die anderen sind auch schon da! Und dann gibt es erst mal einen Rennpool! Auf entspannte Basis! Holy shit! Ist das voll mit einmal! Gestern war ich gar nicht da, aber heute ist es ja überkrass! Wo ist Robert? Robert, wo bist du? Ach, da ist er ja! Okay, gut! Was haben wir denn hier? Free Food? Let's go! Warum haben wir das erst jetzt entdeckt, Robert? Was ist da los? Ah! Geiles Kfz auf jeden Fall! Holy shit! Wie geil! Yo! Juno! Da-da-da-da-da! Hi! Hey, was macht der ab? Ah! Ah! Der Kopf war zu hart! Ich gehe nach Hause! Ehrenmann, ich komme gar nicht drauf klar! So cool! Bruno? Ja klar! Hast du meinen Vlog gesehen von gestern? Noch nicht! Noch nicht! Das ist doch dein Auftritt! Scheiße! Ich habe alles reingeschnitten! Turn up! Illegal! Guck, eine Banane, Alter! Wie geil! Ah, da ist sie! Ah, hi! Yeah! Banane! Nein, danke! Aber für später vielleicht! Okay, vielen Dank! Okay! Ja! Ah! Felix! Hardy-Gapes, wir sind hier unglaublich! Ja! So ist das halt mit dem Hause Rot-Pace! Ehre! mit dem Hause Rot-Pace! Ich weiß nicht, wie wir diese Situation gerade sind! Wir haben Hunger! Felix Hardy-Gapes, wir müssen los! Guck mal rein, Alter! Oh! 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 Und jetzt im Mund rein! Nicht so wild hier! Äh! Ich bin der wilde Felix, Alter! Hey! Das war's, was wir heute mit der Gapescom. Wir gehen jetzt was essen. Sehr, sehr guter Tag. Viele von euch getroffen. Und vor allem hab ich auf Simon gehört. Ich hab immer nur noch so gemacht jetzt. Wir gehen jetzt was essen, dann laden wir uns kurz auf. Die Handys müssen voll werden und wir auch. Und dann jetzt ins Bootshaus. Let's go! So Leute, das war jetzt ein kleiner Cut. Wir haben jetzt eine Stunde bei mir gechillt, kurz ein bisschen Abgang, ein bisschen neue Musik gehört. Young Huan hat was Neues, Black Bear, BHZ, alles neu, alles gut. Und jetzt, jetzt gehen wir jetzt mal etwas essen hier bei Subway. Beste Leben, wie immer. Und dann geht's später ins Bootshaus. Und wie gestern haben drei von uns kein Ticket. Das heißt, ja, wie immer halt. Ich filme jetzt mal eine Bestellung, weil so viele immer fragen. Macht Sinn, oder? Äh, Tomaten, Oliven, kein Salat. Tomaten, Oliven, Jalapenos, Mais und Rucola. Äh, Caesar und Southwest, bitte. Perfekt. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Packen wir da jetzt noch ein paar, you know, ein paar Doritos drauf. Ein bisschen Crunchy Flair. Ihr wisst, was ich mein. Wir nutzen gerade elegant die Nachfüllfunktion aus. Ich kann ja nicht weiter auf einen. Ich kann's empfehlen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Taxium. Wir spielen jetzt ein neues Spiel. Einfach rüber gehen. Oh, als wäre es nothing. Oh, hey. Und Lena? Oh. Ja. Einmal nach Meppen. Alle rein. Ja, wir genauer drehen ganz gerne. Liebesfilm. Ja, kann ich mich verbinden? Ja, willst du es verbinden? Ja, oder mich verkoppeln mit dem Ding? Ja, das ist gut. Jo, fahr erstmal. Ein Großraumzuschlag, 6 Euro. Das ist wirklich schon 99,90. Okay, alles klar. Du bist nach Bootshaus, ja? Genau. So, ab zum Kiosk, Freunde. Bootshaus direkt. Nein, das ist für Loser. Och, Leute. Okay, das war wohl echt nicht so durchdacht, oder? Wuhu! Oh, Gott. Oh, Pilz, komm rüber, ich helfe dir. Komm, nimm meine Hand. Kinder, bitte nicht nachmachen. Das ist nicht witzig. Wow. Ich glaube, ich hab's so halb drauf. Und das Handy ist tot. Warte mal, das wird echt skritisch gerade. Ganz ehrlich, jetzt mach das bitte nicht nach. Ich will zum Backflip sehen. Spaß. Prost, Freunde. Prost. Prost. Ciao, Leute. Let's go. Ja, passt, passt, passt. So, vloggen. Hey, hey, hey. Vlogschau. Hey. Hey, vloggelein. 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 Hey,� Hey. Hey. Hey, vloggelein. Hey, vloggelein. Nein! Nicht schon wieder! Was denn? Oh, da knistert! Ist das Nico? Ah! Eins! Und noch einen! Oh! Eins! Zwei! Ja Leute, wie ihr gesehen habt, das war meine letzte Aufnahme. Das war echt ein ultra geiler Abend. Wir haben ein kleines Problem jetzt, Robert ist schon weg und ich kann ihn jetzt nicht fragen, wie er geschlafen hat. Verdammt! Da hab ich nicht dran gedacht! Man muss hier morgen wohl anrufen, müsste morgen wieder vorbeischauen. Ärgerlich! Wie ihr gemerkt habt, ich hab gestern kein Video hochgeladen. Das Video kam jetzt einen Tag später, einfach weil ich kurz mal einen Tag aufbrauchte. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Die Games kommen, weil ich eine ultra, ultra geile Zeit. Ich hab viele coole Leute kennengelernt. Ich hab viele von euch getroffen. Es war eine wirklich richtig beste, eine richtig gute Woche. Und ich hoffe, euch haben die Vlogs auch Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen nach oben, Leute. Für mich geht's jetzt direkt weiter, denn Moritz ist wieder da. Das heißt, wir fahren gleich irgendwie an den See oder so. Das Video wird's morgen geben. Generell müssen wir ein paar Sachen bequatschen. Deswegen schauen wir auf jeden Fall morgen vorbei. Es steht nämlich demnächst, und ich mein wirklich demnächst, demnächst in der Woche oder so, die nächste große Reise an. Und die wird heftig. Es gibt einiges, was wir planen müssen, einkaufen müssen und so weiter. Und das Thema Musik wird auch weitergehen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst von den Daily Vlogs. Haut rein, bis hoffentlich morgen und ciao! Musik